Amazon-Küchen-Must-Haves, die du wirklich brauchst. Ein kontaktloser Seifenspender ist für mich persönlich ein Muss in der Küche. Ich habe lange nach einem echt hochwertigen und stylischen Gerät gesucht und es gefunden. Die große Trichteröffnung macht das Nachfüllen mega easy. Er ist per USB aufladbar und verschwendet somit keine Batterien. Für wenig Seife geht man nah an den Sensor und für mehr Seife einfach weiter weg. Wirklich clever und sehr edel. Den automatischen Seifenspender findest du bei dem Link in meiner Bio oder in meinem Amazon-Shop Mrs. Violet. Folge mir für mehr Amazon-Must-Haves.